Ja, ich erkläre nochmal schnell, was ein Gantt-Diagramm ist. Hier am Beispiel, wie man eine Glückwunschkarte erstellt. Da gibt es verschiedene Phasen. Man erstellt eine Skizze, dann legt man das Layout praktisch fest. Man braucht vielleicht Bilder, dann formuliert jemand einen Text dazu. Der Text und Bilder, die werden dann vielleicht auf dem PC oder in die Datei schon übertragen. Dann kommt das Layouten dran, Karte wird ausgedruckt. Vielleicht macht man noch eine Fehlerprüfung und zum Schluss wird die Karte verschenkt. Dann geht man her und gibt praktisch für jede Position einen Balken, den man auch entsprechend benennen kann. Also Skizze, die können alle erstellen. Dann kann man sich auf ein Layout festlegen. Das ist der nächste Punkt. Hier ist allerdings kein Feld, sondern hier steht auch ein M dabei. Das ist ein sogenannter Meilenstein. Das heißt, wenn irgendeine Aktion abgeschlossen ist, dann wird praktisch so ein Meilenstein gesetzt. Nächster Punkt ist dann Bilder fotografieren. Macht dann der Hans, Text formulieren Peter und er kann, überträgt dann beides auf dem PC oder in die Datei entsprechend. Der Hermann übernimmt das Layouten. Dann wird die Karte ausgedruckt. Wieder ein Meilenstein. Also das Ding ist fertig. Und alle können dann die Karte auf Fehler überprüfen. Und ganz zum Schluss wird die Karte verschenkt. Das ist dann praktisch der letzte Meilenstein. So, jetzt kommt aber ein weiterer Faktor ins Spiel. Und zwar die zeitliche Verteilung. Die Skizze erstellen. Ich habe hier so eine Skala von jeweils 15 Minuten. Das muss aber nicht immer 15 Minuten sein. Das können auch Stunden sein oder Tage sein. Je nachdem, wie umfangreich das Projekt praktisch ist. Hier als Beispiel habe ich jetzt mal so 15 Minutenweise die Einteilung gemacht. Und gehen wir es mal im Einzelnen durch. Also Skizze erstellen. Ja, das kann man auch in 10 Minuten machen. Dann macht man dieses Feld ein bisschen kleiner. Bilder fotografieren. Da kann ich mir mehr Zeit nehmen. Mache ich mal so 20, 25 Minuten draus. Dann der Text für eine Glückwunschkarte. Der wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Das mache ich so ein bisschen kürzer. Dann Bilder auf dem PC übertragen. Das ist, je nachdem, wie man es kann, eine schnellere Geschichte. Beim Layouten wiederum, da könnte man schon eher so eine halbe Stunde ansetzen. Da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und auf Fehler überprüfen. Ich glaube, wenn da jeder einmal kurz drüber schaut, dann ist das auch in 5 Minuten gemacht. So, und jetzt kommt aber eine weitere Komponente. Jetzt hat man praktisch die Dauer für jede Aktion. Und jetzt kommt aber noch die Verteilung in der Reihenfolge. Das heißt, am Anfang wird eine Skizze erstellt. Und wenn das fertig ist, dann kommt dieser Meilenstein. Und erst dann geht es weiter. Wenn die Skizze fertig ist, dann kann man sich ans Fotografieren machen. Und man kann zeitgleich auch anfangen. Und darum ist das hier auf gleicher Höhe mit dem Texte formulieren. So, und Bilder und Texte auf dem PC übertragen. Das mache ich vielleicht, bevor ich dann zweimal diesen gleichen Vorgang habe. Das mache ich erst, wenn beide Aktionen abgeschlossen sind. Also hier ist die weiteste Ausdehnung. Fotografieren dauert länger. Und erst danach kommt dann dieses Bilder und Texte auf dem PC übertragen. Und erst wenn das geschehen ist, dann kann ich anfangen mit den Layouten. Also dieses Schild, das kann ich nicht hier hinsetzen. Oder ich kann es hier hinsetzen, weil ich dann vielleicht schon mal anfange. Das wäre möglich, indem ich sage, okay, ich fange schon mal mit der Datei an, dass sie vierseitig erscheint. Allerdings würde ich hier dann diesen Punkt aufteilen, dass man sagt, okay, das Layout, was ja eigentlich oben schon festgelegt wurde, das kann ich schon mal vorbereiten. Aber wenn man das in einem Vorgang machen möchte, dann kommt es praktisch an diese Stelle. Wenn es dann fertig gelayoutet ist, haben wir wieder einen Meilenstein. Die Karte wird ausgedruckt. Und dann kommt die Fehlerüberprüfung. Und zum Schluss wird die Karte verschenkt. Das ist praktisch das Gant-Diagramm. Was man hier noch reinschreiben kann, ist statt Namen auch die Dauer selber. Wenn man hier von der oberen Skala schlechter ablesen kann. Und man könnte aber auch dann den Namen, der jeweilige, der zuständig ist, entweder hier in die Tabelle dazuschreiben oder vielleicht dann auch entsprechend drüber schreiben. So, wie schaut das jetzt im Word-Dokument aus oder wie schaut das in der Projektmappe aus? Wenn du eine Projektmappe erstellst, dann kommt irgendwo die Seite, wo du dieses Gant-Diagramm oder die Arbeitsplanung ja einsetzen musst. Am besten, man macht es im Querformat. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite 2 mein Gant-Diagramm haben möchte, sage Layout, Ausrichtung, Querformat, dann sind alle Seiten im Querformat. Und hier muss man sich entsprechend abgrenzen. Das heißt, ich gehe auf die Seite vorher, dann sage ich Umbrüche, nächste Seite. Dann gehe ich auf die Seite 2, sage ich wieder Umbrüche, nächste Seite. So, und durch diesen Abschnittswechsel davor und am Ende der Seite kann ich hier sagen, Ausrichtung im Querformat. Natürlich muss ich dann schauen, dass dieser Abschnittswechsel auf der gleichen Seite noch ist. Das heißt, ich habe die erste Seite, habe ich jetzt im Hochformat. Dann kommt der Abschnittswechsel. Dann kommt die Seite 2, die kann ich in den Querformat setzen. Und die Seite 3, die bleibt wieder im Hochformat, weil ich ja hier den Abschnittswechsel habe. Das funktioniert nicht mit dem Seitenumbruch, sondern das geht nur über Layout, Umbrüche und nächste Seite. So, wenn ich die Seite hier im Querformat habe, mache ich das mal alles wieder weg. Das brauchen wir nicht mehr. Ausrichtung, Querformat. Ja, dann geht es los. Ich habe hier meine Tabelle von vorhin. Die mache ich vielleicht ein bisschen kleiner. Und auch die Höhe der Tabelle, die brauche ich auch nicht mehr so hoch. Kann man es auch so machen. So, dann brauche ich eine Zeile darüber. Und ich brauche viele Zeilen rechts davon. Allerdings, die wäre natürlich genauso breit wie jetzt hier am Anfang die Auflistung. Wenn ich die kleiner mache, dann kann ich hier entsprechend viele Spalten einfügen. Ich kann jetzt hier auch wieder sagen, Einheiten sind 15 Minuten oder je nachdem, was man hier entsprechend braucht. Ich kann da auch Stunden oder Tage hernehmen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht die Balken entsprechend mit Einfärbungen zu markieren. Also hier bei Schattierung kann ich das zum Beispiel so machen. Oder bei dem Meilenstein sage ich Einfügen, Formen. Da war mein Meilenstein. Dann setze ich den hier entsprechend rein. Oder wenn ich eine genauere Aufteilung dieser Zeit haben möchte, weil das geht ja hier jetzt praktisch nur mit 15 Minutenweise, wenn ich jetzt sage, ich brauche hier aber 20 Minuten, dann würde ich empfehlen, dass man hier nicht die Zellen einfärbt, sondern dass man dann hergeht, dass man sagt, Einfügen, Formen. Und dass man dann hier mit der entsprechenden Balkenlänge arbeitet. Kann man dann entsprechend zuschieben. Oder hier so ausfüllend das in der Größe gestalten, dass man hier praktisch so einen mittleren Schieber hat und sich nur in eine Ebene bewegt. Und ja, dann färbt man das entsprechend ein. Und die Meilensteine setzt man hier noch so dazwischen. Wen dieses Raster von dieser Tabelle hier stört, das kann man ja markieren. Dann die Rahmenlinien innen. Na, mag er nicht. Genau, die kann man ausblenden. Das heißt, ich habe jetzt hier das Feld und kann jetzt hier entsprechend mit meinen Balken hier die entsprechende Aufteilung vornehmen. Und ich freue mich, wenn es das Feld liebentes , und ich freue mich sehr gerne hier. Und ich freue mich, weil mich mal Atmesk von irritiert hat, wie ich bin für die Berehnahme gesagt. Und ich würde so sagen, ich bin ja überhaupt nichts mehr. Und ich freue mich,